Der Verein Impuls ist im Jahr 2004 gegründet worden. Er hat sich die Aufgabe gestellt, Erwachsene, Kinder und Jugendliche zu bilden und auch zu fördern und ist dabei gemeinnützig tätig. Und eines der Projekte war die Erarbeitung der Chronik über den Werder. Wir haben natürlich bei der Chronik viele, viele Jahre zurückgegangen. Wir haben also zum Beispiel die Geschichte der Elbe, auch die Flussregulierung der Elbe erwähnt. Wir sind da Magdeburg ja als eine der größten, wenn nicht sogar die größte Festlungsstadt in Deutschland war. Also auch auf dieses Thema nochmal ganz konkret eingegangen und haben nebenher festgestellt, dass außergewöhnliche und außerordentliche Persönlichkeiten unter anderem auch den Werder bewohnt haben. Einer davon war Adolf Mittag, der sich besonders um die Gestaltung des Rotohornparks verdient gemacht hat. Der Verein Impuls kann sich gut vorstellen, andere Projekte zusammen mit der IG Elbinsel Werder zu bearbeiten. Bis vor kurzem wusste man voneinander nämlich nichts. Auch von der Chronik erfuhr die IG erst kürzlich. Also überraschenderweise vor ganz wenigen Tagen, genauer gesagt in der letzten Woche, ein Anruf. Ich war zufällig zu Hause, war natürlich sehr überrascht. Ich wusste von diesem Verein bis zu diesem Anruf nichts, muss ich leider eingestehen, obwohl wir vielleicht 100 Meter auseinander leben, wohnen, uns befinden. Es gibt auch in diesem kleinen, wunderschönen Stadtteil so viele Schätze noch zu bergen, sage ich, dass da wirklich jede Hand gebraucht wird. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen und einfach nochmal sagen, wir können noch sehr viel mehr Mitglieder in dieser Interessengemeinschaft. Kein Verein, eine lose Interessengemeinschaft, punktuell für Mitarbeit auch oder für längerfristige, ständige Mitarbeit gerne gebrauchen. Ja, ein bisschen mehr aufeinander zugehen wäre sehr schön. Muss nichts kosten, tut nicht weh, kann jeder machen, in jedem Alter, in jeder Generation sozusagen. Und ein bisschen mehr auf Sauberkeit achten, ein bisschen mehr Rücksichtnahme, ein bisschen mehr zusammengehen. Das wäre schon ein ganz gewaltiger Schritt und wir wären wunderbar noch berühmter, als wir jetzt schon sind. Also ich wünsche zunächst mal den Berberaden schon mal jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest und eine schöne Zeit. und möchte die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitarbeitern und Damen und Herren, die an der Chronik mitgearbeitet haben, mich auch mal ganz recht herzlich bedanken. Und ansonsten, wie gesagt, wünsche ich allen Berberaden auf jeden Fall schöne Feiertage und viel Gesundheit. Ich schließe mich an. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.